Herzlich Willkommen zu meinem neuen Impuls für Deine bessere Business Kommunikation. Heute möchte ich mal über das Thema Schlagfertigkeit sprechen. Da gibt es natürlich wie zu fast jedem Punkt im Bereich Kommunikation schon unzählige Bücher. Alle Kolleginnen und Kollegen und Expertinnen und Experten haben irgendwas dazu zu sagen und es gibt viel nachzulesen, viele Videos und ich möchte dir hier heute meinen Senf dazu geben, meine Empfehlung und vielleicht ist es ein bisschen anders als konventionell. Ich würde sagen ja und zwar geht es ja bei dem Thema Schlagfertigkeit um die Idee, dass in dem Moment, wo man vor anderen Menschen spricht und man sich irgendwie attackiert und angegriffen fühlt, man eine treffliche Replik, eine Antwort gibt, die im besten Fall Souveränität vermittelt, dem anderen irgendwie noch eins reindrückt, dass der Mund tot wird und dass man eben dann vor dem Rest der anwesenden Menschen möglichst glanzvoll dasteht. Das ist also eine Sache, die fast nicht gelingen kann. Das funktioniert in Ausnahmefällen, wenn man extrem gut bei sich ist, wenn man höchst inspiriert ist, wenn man sehr gut verbunden ist mit den Menschen und sehr gut und fest im Thema und und und. Also viele, viele günstige Umstände, denke ich, sollten, müssten da zusammenkommen, damit das in dieser Weise funktioniert. Wenn wir also mit diesem Anspruch an das Thema rangehen, dann sind wir zum Scheitern verurteilt. Ich finde das interessant, sich das mal so anzugucken, was passiert da eigentlich? Was geht da vor sich? Wie kommen wir überhaupt auch auf dieses Wort Schlagfertigkeit? Dieser Begriff, wo kommt der her? Und wenn wir uns also so eine Situation mal angucken, ja, also stell dir vor, du stehst da in der Präsentation vor, sagen wir mal, 15 Leuten, die du mehr oder weniger kennst und dann ist natürlich im Vorfeld auch wahrscheinlich schon irgendeine Ahnung. Du weißt vielleicht, der oder die ist da besonders empfindlich oder ist Expertin in dem Thema, worüber du gerade reden möchtest und du hast also schon so ein bisschen Angst vielleicht, dass dir jemand ins Wort fällt, dass dich jemand angreift, dass jemand unangenehme Nachfragen stellt und so Sachen. Und dann fängst du also an und referierst und präsentierst und dann kommt eben irgend so eine Bemerkung, die dich ankratzt, die dich irgendwie angreift, emotional wahrscheinlich. Ja, also sachlich ist es ja so gut wie gar nicht möglich, dass man da aus der Fassung gerät, sondern meistens ist es dann irgendwie emotional begründet und man fühlt sich dann also erschüttert. Und ja, es ist also, was im ersten Moment passiert, so eine Art Schockstarre. Ja, wir werden angegriffen und wir wissen, wir können aus der Situation jetzt nicht ad hoc entfliehen. Wir haben dann manchmal so eine Idee, jetzt möchte ich am liebsten den Boden versinken oder schnell wegrennen. Das geht aber nicht. Wir müssen also der Situation standhalten. So, und dann kommt also als erste Reaktion häufig so eine Schockstarre. Oh Gott, was ist das für eine Frage? Ich habe es gewusst. Alle meine Befürchtungen sind wahr geworden. Ja, warum muss jetzt genau der diese Frage stellen und ich weiß ausgerechnet keine Antwort. Und natürlich kann man immer eine Antwort geben. Man kann immer irgendwas sagen, aber das ist halt dieser Moment des Schreckens, wo wir einfach erst mal erstachen. Und mit dieser Erstarrung, ja, die körperlich stattfindet, geht auch eine Schreckatmung einher. Also wir haben in der Regel dann so eine impulsive Einatmung, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so deutlich sieht, wie in dem Moment, wo ich das gerade vormache. Ja, wir stehen also da und die Atmung geht hoch. Wir haben Einatem-Tendenz. Ja, normalerweise wäre das jetzt der Moment zum Weglaufen oder zum Kämpfen. Ja, tatsächlich, das kann man sich so gut vorstellen und fühlt sich auch so an. Und das Wichtigste, um wiederum schlagfertig zu werden, ist eben in dem Moment nicht unbedingt das Allerklügste zu sagen, sondern sich zunächst mal zu bewegen. Wir müssen also einfach irgendwas bewegen. Wir können eine Geste machen. Wir können auch einen Schritt machen. Wir gehen vielleicht einfach mal einen Schritt nach vorne oder einen Schritt nach hinten. Und dann löst sich schon was im Körper. Und das Wichtigste ist dann, dass der Atem wieder in Bewegung kommt. Also ausatmen ist wichtig. Nicht Luft holen. Das ist das Verrückte. Wenn wir so eine Schockstarre haben, wenn wir also eine Einatem-Tendenz haben, dann fühlt sich das manchmal so an, als hätten wir keine Luft und wir müssten also dann in dem Moment erstmal einatmen. Nein. Wir müssen unbedingt ausatmen. Und das ist im Grunde schon meine Empfehlung als Lösung für diese Situation. Einen Schritt tun. Ausatmen. Und das also souverän. Nicht irgendwie hektisch oder peinlich berührt, sondern erstmal einfach nur. Ja. Und natürlich kann man mit dem Ausatmen oder anstelle des Ausatmens auch was sagen. Das muss aber jetzt eben noch nicht unbedingt der Geistesblitz sein. Das kann auch einfach sowas sein wie, aha. Interessant. Ja. Hauptsache, wir sagen erstmal was. Und nicht was in Richtung Entschuldigung. Es sei denn, es ist total offensichtlich, dass wir irgendwen anders verletzt haben. Und der oder die beschwert sich dann. Sicher sollten wir uns dann entschuldigen. Ja. Aber wenn wir uns angegriffen fühlen, vielleicht sogar zu Unrecht. Vielleicht hat das auch jemand gar nicht so gemeint. Das sollte man immer in Erwägung ziehen. Dass es sein kann, dass man sich nur, nur angegriffen fühlt, weil jemand ungeschickt formuliert oder selber aufgeregt ist oder oder. Aber du bist ja in der Situation der Meister oder die Meisterin. Also du führst, du bestimmst eigentlich die ganze Situation. Insofern ist es wichtig, dass du erstmal davon ausgehst, niemand will dir was. Du hast halt eine emotionale Regung und du hast einen kleinen Schockmoment. Ja. Und dann atmest du aus, bewegst dich ein bisschen und fragst vielleicht nach. Entschuldigung, habe ich sie richtig verstanden? Haben sie das so und so gemeint? Oder könnten sie das nochmal in anderen Worten wiederholen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Du kannst vielleicht sagen, ich verstehe jetzt nicht so genau, was der Kollege meint. Kannst du mir das vielleicht mal ein bisschen in anderen Worten erklären? Oder sie haben doch auch Erfahrungen damit gemacht. Können sie das vielleicht untereinander klären? Ja, das wäre eben auch eine Lösung, dass gar nicht du selber die Antwort liefern musst, sondern dass du das quasi moderierst. Es geht ja in den seltensten Fällen drum, dass eine Person alles wissen muss, außer es ist jetzt eine Prüfung. Aber ansonsten geht es ja vielmehr darum, dass man dem Thema weiterkommt. Dass man versteht, worum es geht, dass die Informationen da sind, die benötigt werden und und und. Und wenn man selber gar nicht weiter weiß, dann kann man das auch delegieren. Man kann auch sagen, du weißt das, ich kenne dich doch, du hast das und das gemacht, du warst in dem Projekt doch da für die und die Sache zuständig. Kannst du das vielleicht beantworten? Oder am Ende, wenn man es gar nicht weiß, ich mache mich schlau. Ich sage Ihnen heute Nachmittag oder morgen, ich melde mich, ich schicke Ihnen eine E-Mail, was auch immer, ich nenne Ihnen die Quelle. Ja, also man kann da souverän mit umgehen und sollte sich zunächst mal gar nicht für einen Gegenschlag rüsten. Und das ist für mich sehr entscheidend. Es geht also beim Schlagen gar nicht so sehr um den Kampf, um eine kriegerische Auseinandersetzung, sondern vielmehr einfach im Sinne meines Kommunikationsmodells Tennis geht es also darum, einfach den Ball wieder zurückzuspielen. Es hat jemand einen Ball gespielt oder geschlagen in Form einer Frage oder einer vielleicht auch Anzweiflung und wir spielen den Ball zurück. Und das kann eben auch sein in einer sehr kurzen Antwort, das kann auch in einer Gegenfrage sein. Da muss man sich also von diesem Druck befreien, die eine perfekte Antwort sofort liefern zu wollen. Ich hoffe, dass dir das hilft. Ich rate dir, probiere es aus. Viel Erfolg dabei. Bis bald.